So, da sind wir schon wieder und jetzt haben wir unsere Freunde gefunden. Hilfe! Fall auf! Ich brauche Hilfe! Ich habe mich schon auf den ewigen Schlaf eingerichtet. Da taucht auf einmal dieser verdammte Teufelskerl aus dem Nichts auf. Was haben Sie nur getrieben, Vleskowitsch? Lassen Sie mich mal! Schießen, stechen und Soldatenerwirk. Wir können uns ein Zwerg machen für uns. Na dann, nichts wie raus hier. Auf dem Weg nach draußen erledigen wir noch ein paar Huren. Vorsicht mit der Tür! Jetzt geht's los. Lassen Sie den Schacht auf! Könnte ein Ausweg sein! Kein, kein Lassen! Gut! Fettan Sie in den Luftung, Schacht! Drücken! Das ist genau das Richtige. Schön, euch zu sehen. Wie ist denn die Schacht? Wie ist es so? Wie ist es? Wie ist es so? Wie ist es ist? Wie ist es? beeping. Wie ist es? Sie und ich, Blazkowitsch, wir kommen verdammt nochmal hier raus. Die Verriegelung lässt sich nur zu zweit öffnen. Müssen beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Wenn ich es sage, drücken Sie. Bereit? Drei, zwei, eins, jetzt! B.J., auf mein Zeichen drücken Sie den Knopf! Drei, zwei, eins, jetzt! B.J., auf mein Zeichen drücken Sie den Knopf! Drei, zwei, eins, jetzt! Scheiße! Drei, zwei, eins, jetzt! Na, na, ey, komm mal. mal mal Was ist das? Ah, das ist der Platz, wo Sie nicht von früher kennen. Weiter sind wir. Hey, Blazko. Na unten liegt ein Stromkabel in der Wasserpfütze. Ich kann nicht springen. Betätigen Sie den Schalter da drüben. Genau richtig. Lust, nichts wie raus hier. Hier entlang. Schnell. Ich komme schon. Großer Kopf. Niemand ist je aus diesem Loch rausgekommen. Zumindest nicht an einem Stück Scheißpanzerhund. Geben Sie mir Deckung, ich mache das Tor auf. Geben Sie vor, Blazkovic. Geben Sie vor, Blazkovic. Fuck. Fuck. Noch mehr. Drei Uhr, neun Uhr. Bringen Sie Sie zurück, Blazko. Jeu, meiə. куда f propio, neuner. Drei Uhr, neuner. ?」 Zwei hänen. Gebot, nicht mehr. Gebet, ort wir es und drin? Ge at throat. Gebot, tief. Gebot, tief. Gebot, gebot, helşäu dißu. sós da keiner. Okay. Komm schon her! Ich hab dich doch gesehen! Wie soll ich in dem Mitte vernichten? Ist das auch mal ein bisschen interessanter herauszufinden? Ja, ist es. Ich hab dich doch gesehen! Halten Sie mir den Rücken frei, Bleskowitsch! Amit! Wann und mittil? Wann, Kinder, diey! Straftat Leute! Schränke sie zurück, Bleskow! Wann, unsere Regie, Herrscher! Oh, das war ein bisschen mehr so, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawoll, alles was das Herz beginnt Nämlich wieder voll geschenkt Untertitelung des ZDF, 2020 Die Treppe rauf, Bleskowitsch! Diese Bleskowitsch! Die Treppe rauf, 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 Bleskowitsch! Soll ich den ganzen Kack nochmal machen? Hm? Ist das nicht spaßig genug? Die Treppe rauf, Bleskowitsch! Die Treppe rauf, Bleskowitsch! ...